Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu einem Projekt, was manchmal sehr, sehr spannend sein kann. Aktuell ist es das aber nicht. Herzlich willkommen zurück zu One Minute Minecraft, dem Projekt, wo man auch mal drei Folgen brauchen kann, um genug Obsidian zu farmen. Und ich habe das Gefühl, dass wenn wir uns Mühe geben, dass es schon diese Folge soweit sein kann, denn wir haben das alle unterschätzt. Inzwischen kann man ja Obsidian viel schneller farmen. Früher hätte ich für einen Obsidian 45 Sekunden gebraucht, dann hätte ich irgendwie, weiß ich nicht, hätte ich es tatsächlich schneller geschafft, hier das Obsidian zu haben, in zehn Folgen oder sowas. Inzwischen ist das alles ein bisschen anders. Allgemein geht mir dieses Display viel zu schnell. Wir sind jetzt gerade mal irgendwie bei Folge 30, 40 und ich habe halt schon alles geschafft, was ich schaffen wollte. Das kann eigentlich nicht sein. Wir sind schon bald beim Endertrachen und ich habe noch nicht mal angefangen, hier richtig zu spielen. Es ist sehr eigenartig, aber ich habe euch noch eine andere tolle Nachricht zu verkünden. Und zwar, wir haben es jetzt auch tatsächlich geschafft, in zweieinhalb Folgen alles Obsidian abzubauen, was wir benötigen. Denn das war's. Wir haben jetzt zehn plus vier. Perfekt, Leute. Auf nach Hause.